Saison. Ist sie noch nicht so schnell unterwegs gewesen? Guter Start von Del Ponte, richtet sich spät auf, viel schneller aufgestanden ist Kiel Basinska. Und Del Ponte führt das Rennen an, Bazzolo auf Platz 2. Hat sie das Stehvermögen, Ayla Del Ponte ist vorne und Bazzolo kommt noch auf und mit 22,35 bei 1,9 Meter Rückenwind. Wow! Meeting-Rekord für Ayla Del Ponte und nur ganz knapp über dem Schweizer Rekord von Muzinga Kambunschi. 22,35, also auch hier zeigt Ayla Del Ponte in was für einer bestechenden Form sie ist. Amber Heeter Amber Heeter Untertitelung des ZDF, 2020